Das Ding ist halt, mein Main-Aid ist ja keine Zeit, jetzt suchen wir einen Sub und wir haben jetzt einen Sub gefunden, aber der Motherfucker ist ein Jungle-Man. Ist ja ein Ding. Ja, dann weigere dich. Ist so. Du musst dich nicht beugen. Tut. Es zwingt dich niemand. Ist so. Du bist ein freier Mann. Habt ihr auch einen Ladebildschirm? Ja. Warum das denn? Man muss das Spiel laden. Ich will nicht, dass es lädt. Moin, Chewab, was geht? Stackerino. Ja, wir brauchen zehn Leute. Chewab, für Viewer Games gleich. Muss ich irgendwas machen? Ah, da stöhnt jemand. Vielleicht hat Telekom bei mir wieder am Regler gedreht. Geil. Scheiß Telekom. Was baut man denn? Stormbreaker einfach, oder? Ja. Stormbreaker, Sky, Space, Home, das ist halt legit egal. Das ist schon so viel, das ist alles, das ist egal. Jetzt muss ich den Tut wieder lauter machen. Er ist es ja lauter, dann ist er leiser. So. Das müsste Discord mal machen, dass alle Leute immer gleich laut sind. Ist ja kein Plugin für sowas. Doch, aber nicht. Nee, manche Leute bei, es ist ein übel krank laut. Ey, der Camera rennt hier rum. Oh, der Camera, ja, ich hab's gesehen, er hat gewordet. Der hat gewordet. Tut, was machst du da oben? Pippi in die Ecke. Ich schreib gerade. Brauche ich eigentlich noch Berserkers Ex, oder? Grüße an den Armin. Moin, dreckiger Dan. Nein, ich bin der Dreckige Dan. Du bist der Dreckige Dan. Ich dachte, der Dreckige Dan ist der Dreckige Dan. Oh, lass mich spüren's Kopf. Ja, das ist ein Dreckiger Dan. Tut, mach mal einen Kill. Mach sie nicht. Kannst du Face überhaupt? So, nix, bist du eigentlich noch ein Master? Nee, ich bin zwei Punkte drunter, oder so. Wir ändern das jetzt. Ja, gar kein Ding, wir machen daraus jetzt zwölf. Was? Ich hab eh nur noch zwei Wochen Master, und dann war's das. Also eigentlich musst du den Account bis dahin stilllegen. Wenn der hookt, gehen wir voll auf den drauf, wenn der eins oder uns beim hookt. Okay. Auf wen? Auf Murdoch? Nee, nee, auf den Richter dann. Okay. Und jetzt auch. Hier geht der. Nice. Wundervoll. Der kann ja gar nix, der Richter. Ja, Richter ist der schlechteste Character gerade, mit Abstand. Also nach Bellica. Nach Bellica, echt? Naja. Naja, bei dem Fall ist der Scheiß. Wenn Richter seinen Hook misst, und selbst wenn er trifft Level 1, er wird dafür gepunished. Voll dumm, oder? Mit jedem anderen Charakter. Aber Tanks sind generell voll scheiße momentan. Da hab ich in einem anderen deutschsprachigen Streamer etwas anderes gehört. Echt? Alter, wer ist das denn? Tanks mit dem? Nee. Oh na, schade. Was war denn das für ein Flash? Wir waren schon lange weg, und er ist immer noch geflasht. Kamerad, Flash raus. Ja, ich geb ein Stairs runter. Ja, das ist gut. Oh, ich wurde gewuckert. Ei, ich hab erst einen 90-Guten-Pull. Schade auf Murdoch, schade auf Murdoch. Ich stehe mich nicht. Einfach schießen, einfach schießen. Ich kann nicht, ich komm nicht dran. Ich mein, auf den Rekord. Achso. Okay, hab ich. Da steht er jetzt, an der Ecke, der Murdoch. Ich glaub, er ist kein Freund von seinem Next Support. Er ist nicht so ein Gamer. Ja. Äh, ist Goldbuff schon da? Jo, ist er da. Ach nee, Kai. Kai ist hier. Oh, hinter dir? Ja, ich bin dead wahrscheinlich. Echt? Du bist grad Vater geworden. Hätt ich schon Glückwunsch, Cooper. Hi, IQ-Memes. Ich hab nicht mal zugehört, dass Cooper gesagt hat, dass wir nur das jetzt ein bisschen... Ich bin dead. Er hat gesagt, er ist gerade dead geworden. Ist er nicht. Fick out, the fuck. Ich glaub, Tuva hat's einfach... Cooper, Digga. Tut hat's einfach nicht verstanden und Cooper musste man's erklären. Nee, ich hab's akustisch wirklich nicht gehört. Ja? Du hast nicht verstanden und Cooper musste man's erklären. Genau. Einfach Knöpfe drücken. Das geht. Ja, ich hab Mutter gehört. Ich gucke, mein Englisch ist schlecht. Danke, Stefan. Uch. Ey, das bricht ab hier. Tut mal weh. Alter. Das kann ich deinen ganzen Weg nochmal laufen. Jetzt bin ich zwei Level behind deswegen. jetzt gut ist es auch gut okay nice das bin ich nicht das scheiß okay wir fließen einfach nur wir haben wieder gewordet spiele ich nicht so gerne und kuba der findet immer wie war das von wegen früher heute ich habe doch ich habe reingeschrieben wir waren auf dem fest deswegen und gerade haben wir noch schiefer war deswegen ist bis später geworden ich wollte früher machen damit ich eigentlich project logisch spielen kann ach du kacke vor der kämmerer kommt zu uns ich bin zufrieden ah danke schritt gesehen alles gut muriel fehlt noch zu offline muriel was ja muriel und offline sind zwei wörter die eigentlich nicht im gemeinsamen einsatz stehen sollten aber ja ich weiß was sind mal mit dem wort ich ne warte mal ich wurde gerade bevor ich hier wieder gegangt werde wir werden zu viert falls ihr später wir haben jetzt auch eine runde gestartet und falls ihr fewer games machen wollt wenn wir dann zu viert ja geil geil janine dann wir haben wir waren eben nur zu wenig deswegen haben wir zu fünf gestartet aber wir waren jetzt erst fertig ja wir starten jetzt auch gerade also muriel flash ok dann müssen wir nicht so schnell beenden ja bis dann bis gleich kupa call doch du inter der ist gerade gebackt man hast du den inter genannt? kupa ist inter? inter iiq um use die zweite ein rechts geht bitte kann nicht aber jetzt du kannst nicht ja hier ist ein cold buff ab oh da kommt ein kai da ist auch ein penner ab ja oben nein geht kai ich geh mal den ich geh mal den dings worten den fang weil ich ziehe ich mal kurz zurück ah ich bin gesilenced mach dir kein schluss mach dir kein schluss einfach hitten ich hitte einfach er wird geholtert ich komme nach links ich komme nach links oh mein gott alles ich habe noch flash ja ich muss flashen oh du hast ja ganz schön viel abgebekommen kupa ich bin da der ding ah es sind vier leute ja woher willst du das machen? wie denn? nein ich habe gefragt ob du willst ja ja wie soll er denn wollen mensch? du kites genau du bist gerade legit ist so was soll ich sonst machen alter jetzt bin ich tot jetzt bin ich tot glaube ich warum old was morigash old raus übrigens wen habe ich jetzt ich habe ne ne morigash hat keiner der hat der hat der hat der hat alter ich kann nichts machen ich bin sehr laut ja genau das ist cope ich habe ich habe meinen stormy jetzt let's go ich warte 40 gold in der base dann habe ich marschel du bist ein troll ich bin ein troll jetzt road to grandmaster ne das schaffe ich nicht mehr wie gesagt in zwei wochen ist äh ranked paragon hab ich gehört stimmt paragon moin tino was geht ja machen sie leider nicht ich glaube der weiß mehr oh der chill körper chill oh shit ich habe pink probleme gerade was sind das habe ich wieder seit paar tagen obwohl Opa passt mit auf ne dass die Muriel kommt ne ich keinen wlan hab oh ey gamer ich komme mich abholen äh Viktor komm jetzt würde ich das fehltax die facetrack die meine nassi ah schuldig alter ich mach gold ich ziehe mich kurz zurück oh gold ist weg oh respektlos respektlos ich kann gar nicht viel machen weil pink ist scheiße des todes kann ich nach rechts kommen ja ok ich komme gotti blink hat es übrigens flash net aber ult laurie du kannst übrigens äh mittlerweile demon edge zweites item gehen demon edge ist jetzt ok ich hab grad gar nichts gehört weil meine ult giga laut ist demon edge kannst du als zweites item geben weil das item wir machen die machen die raptor ne die kommen jetzt zurück naja die macht einfach mit dem mit dem ich habe mich ja noch auf auch hin nein er kriegt ne ulti Alter Sparrow ist ja komplett broken Okay, Mori ist geflasht Ich will rotieren, dann können wir Crank passen Holy shit Holy shit Was war denn das? Alter, warum ist Sparrow so krank? Das ist ja nicht normal Hä? Was müssen die Rausen, die müssen wieder entfernen Entfernen? Fertig, ich mache Höhe Ja, Mann, das ist doch nicht normal Aber ich habe keinen Zehn Sekunden noch bis zum Smite Ich kann nicht Ja, wir können Backmonter zu Prank gehen, wenn du Bock hast, noch nicht Ja, machen wir das so Ich habe jetzt Crest fertig War dich 50 Gold? Nee, mache ich nicht Cringe Alter, Cooper wieder im Carrying Okay, Cooper Redemption Arc Ach, der Tower ist weg, jetzt habe ich das Geld nicht bekommen davor Aber ein paar Minions ist gut ist mini primos warum habe ich keine nämlich zwei schieber kann der mensch macht das game ist noch nicht so lange draußen es hat gepackt kann der link ja kuba 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 hallo ja ich glaube kuba hat angst wieder drei gegen zwei wir beide zu zweit ist schon wieder geholt weg wir sind ganz viele wir sind ganz viele böse rechts kann gepusht werden glaube ich weil moralisieren ich habe meinen mark of murdoch wenn er genug damit schmacht kann ich den ex boah ich wollte gerade flashen hinter uns kamera ich kann nicht flashen ich kann nicht flashen sorry kanz ulten kanz ulten aua hallo kamera hält du bitte weiter den kriegst du noch tot oder ja geil alter kriegt ihr den noch boah insane das ist für eine geile runde was brauche ich ein drittes item ich glaube tainted oder der hat mich auf der face nein der war echt gut der pull alter das war ja ein sanes play mich nervt es dass man so lange immer im stunlock ist das ist so ekelhaft du kannst dich mal flashen oder oder der flash müsste ein cleanse sein dass man immer raus flashen kann ja hatte wenn es dann jeder hat ich finde das so nervig bei der cc meter du kannst du eins dann und du bist von 100 prozent auf 0 prozent runter der muss ja noch fair bleiben boah ich wollte genau das gleiche sagen aber der pussiport wäre dann doch noch mehr pussen ja ich find's geil ich find's geil einfach runterrennen go 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 ich bin langsam Alter jo was ist das oh mein Gott oh die kommen alle ich kann nichts machen ich bin ja ich bin raus geflasht hast mich wieder rein gepult aber er passt die sind wieder alle hier du hast ja nur nur fehl hol Quadra kill jetzt Cooper oh mein Gott das ist dumm Quadra kill mach Quadra kill es ist dumm nein mach doch Quadra kill nicht kämpf Cooper kämpf da ist ein Camera in dir ich bin unterwegs Cooper let's go zu spät was nice weiter 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 wirkt ihr dennoch 5 sekunden raptor ich hoffe die gehen auf komisch komisch oh lauren killing spree hatte ich auch mal und dann tut mich die ganze zeit einfach sterben lassen ich will dennoch eigentlich lustig ist was ich habe heute abbekommen doppeltötung ob die dort spaß wir haben spaß ja die andere du und ich ich brauch dich nicht ich wollte gerade was sagen aber das darf ich nicht im zu ihm sagen ok was geht ab und ich will so viel mana nach quatsch das ist jetzt meine spielgruppe ok jetzt kannst du ein bisschen rückwärts laufen eigentlich habe ich noch nicht hucken aber einer nicht oh oh ich bin tot oh 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 wir räumen auf komm 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 du bist ein dummes arschloch Man! Ich wollte hier zu Null rausgehen. Ne, so ist es nicht hier. Wann, wo kam der Camera her? Florin ist gestorben. Ja warum wohl? Weil unser innener Dreck-Arsch-Support mich reingepuntert. Der Puppet-Master, Junge. Scheiße, ich bin dead, oder? Ich geh nochmal schnell auf Mini-Prime. Vielleicht. Danke. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Guck mal, du und ich gegen die Welt. Mit Autotext. Martial-Autotext, gib ihm. Die denken sich auch was für ein scheiß Matchmaking. Boah, gut. Boah, geil. Einen Orange. Ich krieg den jetzt. Ich zünd jetzt alles, was ich hab. Wulff, rein! Rein, fiel rein. Wuuu. Ich könnt genulten. Oh, fuck. So, hab ich... Oh! Ich musste schon nicht zollt. Oh, ich musste schon nicht zollt. Steht nicht recht hoch. Boah, ich bin bisschen gelaufen ab. Game 10, wo die Wien schiebe, echt. Also Sparrow ist absolut... Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Crazy shit. Ja, Mensch, ich hab krass. Ey. Die Chasen ja alle. Für Maximum Fun kannst du übrigens noch das Devil gehen. Dann Space glattest du. Das Devil? Dann fliegst du bei die Map. Das wär cool. Ich will doch nur Kills machen. Ich will doch nur Kills, oohh! Nein, ich lass mich nicht von dir nehmen. Ich bin gleich tot. Geh weg. Hier ist ein Rector. Ich bin tot, ich wurde gehockt. Schade. Laurin kommt zu mir, ich komme dir entgegen. Laurin ist tot, der ist sowas von tot. Wo seid ihr eigentlich die ganze Zeit? Let's go, rein. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh. 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 Du musst helfen. Hast du hier? Wahrscheinlich nicht mehr viel. Boah Chimera, Alter, Double Kill, Triple Kill, kranker Kill. Alles Kill. Alles Kill. Mach den dritten Raptor, dann wird es noch witziger. Ja. Double Kill, Triple Kill, alles Kill, kranker Kill. Ich geh gerade rechts pushen kurz, ja. Ich bin am Bünden. Scheiße, das Ding ist kaputt. Hät man ja nicht anders. Ja Alex, wir zocken später, wir zocken später. Machen noch bis 10 Uhr Viewer Games heute. Ist doch Donnerstag. Boah, 10 Uhr. Auf ihren Basis. Ja, was sag ich mit dir mit Loki, Cooper? Ist Loki, ist Loki Test ab heute. Und die haben die Grafik verbessert. Loki, Loki. Auf dem Ohr ist er taub. Auf dem Ohr ist er taub. Seh ich genauso. Äh. Können wir Prime machen? ADC. Ja. Ja. Ich bin nur noch im Farm. Boah, Scheiße. Maximum DPS. Geil. Meff Energie. Oh, fang. Wer ist das denn da, der Cooper? Geil. Geil. Was ist mit links? Kann einer links gehen? Ne, ich habe keine Lust. Ne. Ich bin bei meinem ADC. ADC. Oh shit. Kannst du dich jetzt holen? Oder könnt ihr die Minions links einfach abfangen? Dann pusht sie irgendwann automatisch. Ja. Du bist unterwegs. Mörderkunde. Boah, und deffen die das hier nicht. Hey. Auch wenn ich komme. Ja, das geht. Ich bin nur Jim. Fightet ihn. Ich will auch wen killen. Hey. Boah, ich bin in den Falle getappt. Oh nein. Bam. Boah. Der ist noch geblinkt, alter. Ich denk, ich denk. Hallo, ich bin noch Jim. Hallo. Ich mach einfach, ich mach einfach das Ding hier kaputt. Bestimmt wird deren Muriel geflamed die ganze Zeit. Wir verlieren Muriel offlane. Nein. Alles Moodle, Trud. When in doubt, just Moodle. Hey. Der Geier hat er richtig am Ende. Ja, ist so. Da kann der KDA-Gamer am Ende auch sagen, er hat was gemacht. Gombel, danke für dein Follow. Was geht? Ja, das war doch mal ne witzige Runde mit der Sparrow. Warum ist denn die so broken? Das ist ja auch nicht normal. Weil du kannst ja durch alle Leute durchschießen. Ich muss kurz was essen. Weil Sparrow ist broken. Weil Sparrow. Most damage, natürlich. Sonic? Ja. Er liegt am Character. Alter, der Koopa 39.000. Holy shit. GG.